Jo Freunde, was geht ab? Hier ist euer Speikers Team mit GTA 5 mit nem fliegenden Motorrad. Hab's hingekriegt? Ich würde mal ein Team, wenn ich würde. Es war nur eine kurze Runde, aber ich könnte es noch hinkriegen. Na klar. Ja. Wo waren wir da? Ja. Aber dafür ein Selbstmord. Hab's. Danke, danke. Nachdem ich darf noch mal eine Runde fliegen. Ich weiß, wo es gelandet ist, glaube ich. Irgendwo da hinten. Hab ich. Ja, du bist des Herr. Geh raus. Halt an. Oh. Sorry. Das war ja eine Frau. Möchte das nicht hier irgendwo blühen? Hm? Oh. Hab's gefunden. Danke. Das mit dem Topo war gut. Was hast du gesagt? XX. Und hoch und und. Einmal echt um Schlügel auch zu sparen. Jesus. Mit dem geilen Motorrad. Woah. Sweet Jesus. Oh. 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 So. Mal zu fliegen. Ich hab grad turbo genommen. Da hab. War das grad. Ziemlich weit geflogen von. Mit. Mit mir. Hast du dich wieder angefordert? Hobe. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, auf Wiedersehen.